Für Renten, für Pflege, für gute Bildung ist angeblich kein Geld da. Also leh flück, wählt die Linke und wählt mich, dann sieht es mit den Renten besser aus. Geld, was wir an anderer Stelle brauchen, dringend, wird hier für die Rüstung ausgegeben. Die soziale Spaltung nimmt europaweit zu. Wir müssen die AfD da treffen, wo es ihr wehtut, dass sie nämlich durchwachsen ist von Nazis. Wir brauchen endlich Umverteilung von oben nach unten. Die Pflegekräfte in den Krankenhäusern total überarbeitet sind, Krankenhäuser unterfinanziert sind. Ich werde vor allen Dingen den ganzen Bereich Umweltpolitik vertreten. Das erste Mal auf die Straße gegangen bin ich gegen die Startbahn West in Frankfurt. Also es ist mehr denn je notwendig, die friedenspolitische Karte einzufordern. Und es muss darum gehen, die Lebensverhältnisse für die Menschen wieder zu verbessern. Wir werden die soziale Frage nur lösen können, wenn wir auch gerechte Lebensverhältnisse hinbekommen.